Die Vertretung der EU-Kommission in Österreich bemüht sich um mehr Bürgernähe. Der Leiter dieser Vertretung, Martin Sellmeier, hat dazu eine groß angelegte Radtour durch die Bundesländer gestartet, um den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen und zu erfahren, wo der Schuh drückt. Seit einigen Tagen ist er nun im Burgenland unterwegs und hat heute am Rande seiner Zukunftstour eine aktuelle Umfrage präsentiert. Ein Ergebnis daraus, die EU-Akzeptanz ist im Burgenland besonders groß. Vertreter der EU erkunden das Burgenland, besuchen soziale und kulturelle Einrichtungen. Besonders beeindruckt sind sie vom problemlosen Zusammenleben der Volksgruppen. Auch in Sachen Corona-Impfung sei das Burgenland eine Vorzeigeregion, heißt es bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Dort wird eine Meinungsumfrage präsentiert. Demnach sind 27 Prozent sehr an der EU interessiert, 46 Prozent sind eher interessiert, 25 Prozent haben kein oder nur wenig Interesse, 2 Prozent keine Meinung. Das Burgenland liegt mit diesen Zahlen auf Platz 1 in Österreich. Das gilt auch für die Akzeptanz. 47 Prozent bemerken positive Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft, 17 Prozent sehen negative Auswirkungen, 36 Prozent sind in dieser Frage unentschieden. Und hier sind die Top-Themen im Burgenland. Sie sind vorher angeschnitten worden. Die Eindämmung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen, nach wie vor dieses gesundheitspolitische Thema, wo ja Burgenland, was die Durchimpfung betrifft, sehr gut aufgestellt ist. Der zweite Punkt, eine einheitliche, ich betone einheitliche EU-Migrations- und Asylpolitik, das wäre doch was. Der Landeshauptmann ist von der vergleichsweise positiven Einstellung nicht überrascht. So hat das Burgenland natürlich mit dem Beitritt der Europäischen Union und das ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte für diese Region, auch mitten in Europa, immens davon profitiert. Die wichtigsten Zukunftsthemen der EU, Klima, Soziales und Migration.